Nichts. Er ist runter. Wir sollten ein paar Türen eintreten. Ich drehe hier keine Türen ein. Weißt du, was für ein Gesindel hier wohnt? Weißt du, was der Kai getan hat? Was erwartest du von einem Anarchisten? Fitzroy hat sie abgerichtet wie Hunde. Die gehen auf den Hals. So, jetzt haben die natürlich jetzt auch auf den Kieker. Da oben ist noch eine Skyline. Wenn ich irgendwie höher raufkäme, dann käme ich wohl ran. Alles klar. Machen wir gleich. Ich gucke mich hier noch kurz um. Dass hier den Leuten das Geld klauen. So. Hier ist nichts. Da ist noch etwas Salz. So. Ah, da haben wir noch jemand. So. Das war's. So. Von dem ist nichts mehr übrig. Oh, was sind wir denn hier? Hm. Toll. So, was? Hier war gerade irgendwas. Ah, Schrank. Na, komm. So was. Ich hab doch gewusst, dass da noch einer ist. Muss ganz schön doofer aussehen, wenn ich hier so rumzappel. Kann ich mir gut vorstellen. Mein lieber Mann. So. Was ist hier? Ah. Hier können wir direkt weiter. Nice. So. Dann, äh, weiter geht's. Wir kommen immer weiter in Richtung unserem Ziel. Oh, oh. Oh, oh. Die sollte ich vielleicht doch nicht umbringen. Oder doch. Ich bin mir das nicht ganz sicher. Ich hab gerade von weitem so ausgesehen, als hätten die alle auf mich geschossen. Oh, ups. Das war nicht beabsichtigt. Das, äh, tut mir leid. Dann musst du leider auch noch sterben. Gehst du wieder weg? Nein. Sorry. Aber du bist ein Sicherheitsrisiko. Und ich hab keine Salze mehr. Oh, oh. Ich mach mir alle nichts. Ich muss rauf aufs Dach und diese Skyline nach Monument Island nehmen. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Und jetzt, um die Schult zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schult lässt sich tilgen. Bokka. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der ihre ist, wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben. Ich habe Ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind Sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Bokka? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer nicht. Es endet immer mit Blutvergießen. Nur wenn du es willst, Mr. Kranster. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist rum und ein Pfad gewunden. Geh, geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst. Ähm, okay. Wir gehen mal weiter. Oh, ach du. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das sagst du was. Uiuiuiui. Was will ich denn jetzt da rauf? Ich muss die Steuerung finden, um nach Monument Island zu kommen. Ah, gute Idee. Gute Idee, die Steuerung zu finden. Du weißt auch ganz genau, wie das hier funktioniert. Oh, 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 oh. Door, okay. Egal. Ähm, die Dame. Ich tu dir schon nichts. Okay, erst mal hier die Opfergaben mitnehmen. Ja, jetzt keine Opfergaben. Und jetzt, äh, die Steuerung. Die werden wir jetzt, äh, manipulieren. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flas. Oh, oh. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Alter, ach du Scheiße. Ach du Heilige. Spring. Boah. So eine Action hier. Alter. Wo fliegt das jetzt hin? Ich dachte, die greifen mich jetzt an. Deswegen hab ich die gleich angeschaffen. Alter. Der Mr. Comster kann anscheinend auch Gedanken kontrollieren. Also was ähnliches. Mann, Nomeda. Richtig episch. Jaja, ist gut. Erst mal hier nochmal umgucken. Hier ist überall Feuerwerk. Warum auch immer. Obwohl ich hier bin. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. So, hier scheint niemand auf uns zu warten. Ausnahmsweise. Was ich nicht schlecht heißen will. So, hier können wir immer noch nichts holen. Weiß gar nicht, ob man bis jetzt schon zu viel finden kann. Aber auf jeden Fall hol ich mir nochmal Salze. Wir betreten Monument Island und verlassen den Bereich. Es schien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wovor hatten diese Leute solche Angst? Das frage ich mich auch. Ah, da ist es. Monument Island. Ja. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Finde das Mädchen. Schön. So, hier ist wohl abgesperrt. Aber, ähm. Kein Problem für uns, würde ich mal sagen. Ein Wachturm. Okay. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen und die weltlichen Gebirge in Flammen hüllen. Aha. Diese Parolen hier immer. Ähm. Okay. Alles klar. Oh oh. Oh. Hier sieht es mir wieder nach Kampf aus, oder? Pest is point. Quarantäne. Aha. Also hier ist Quarantäne. Gebiet. Ja, stimmt. Hier sind auch überall... Oh, oh lala. Audiolog. Ich schätze, selbst in einer gesicherten Abteilung brauchen die weißen Jungs einen, der die Böden schrubbt. Diese ganzen Politiker und Wissenschaftler achten nicht darauf, was sie in meiner Gegenwart sagen, weil ich ja nur ein dummer Farbiger bin. Aber ich merke, dass sie eine Höllenangst haben vor dem Ding, das sie da oben eingesperrt haben. Ja. Sie haben einen Tiger am Schwanz gepackt und jetzt wissen sie nicht, ob sie ihn festhalten sollen oder weglaufen. Test Subjekt ist gefährlich, ja. Wie gesagt, wir sind in Zeiten von... ...vom Rassismus. Und hier... ...zelt... ...überall... ...ok, kaputte Gerätschaften. Aha. Was ist das? H1. H5. H11. H17. H17. Irgendwas lesen? Ne, ne, oder? Test Subjekt Morphologie. Aha. Vox Populi Crime Board. Aha. Auch hier die einzelnen Sachen markiert, wie viel und was und was weiß ich. Aha. Sieht man wohl anscheinend das von den Mädchen, die Wachstumsstadien. So, das nehme ich gern. So, was haben wir denn hier? Oh oh. Mr. Tesla. 72. 70 Stunden Quarantäne. Aha. Wenn man also hier weiter geht. Ähm. Oha. Was sollen wir hier denn tun? Was sollen wir hier denn tun? Okay. Ich gehe mal da nicht weiter. Hebel betätigen. Aha. 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 Und was soll das bedeuten? Hä? Oh. Das verstehe, wer will. Wir gehen mal weiter. Okay. was ist das bloß hier mein gott blut was ist das für alles hier für instrumente ein woxofon vielleicht sagt es mehr ich habe wie verlangt die gesamten batteriesicherung ausgetauscht und die lichter funktionierten alle letzte nacht jetzt geht's wieder los wir verbraten in letzter zeit karton weiße sicherung für den was zum teufel da gehe ich ganz ehrlich nicht rein oder doch nein kein fall wir beobachten sie die musik ist cool gefällt mir die musik ist hier ist es To the lives that I lived Now I'm lost in the blue of the sky A sea of dreams had once waited For me to arrive A journey I won't survive Just because I choose one thing is best Doesn't mean that I lost the rest Possibilities unchosen reappear They might be both in some other universe Take me home where I belong From one lighthouse to the other If your mind makes memories where none exist Doesn't make it an infinite list If your mind makes memories where none exist Doesn't make it an infinite Ever-expanding list If your mind makes memories where man's most You're такой I'll never say 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 Vielen Dank.